Wir sind unglaublich, also voller Emotionen und wir sind einfach nur froh, dass wir das Ding wieder gewonnen haben. Ich denke mal, dass wir schlecht in die erste Halbzeit reingegangen sind. Wir hatten ein bisschen viel Respekt. Wir haben in der zweiten Halbzeit abgelegt und da hat man gesehen, was wir können, zu was wir in der Lage sind. Leider hat es aber heute nicht mehr gereicht. Ja, man kann sagen, dass das Routine geworden ist, aber es ist wirklich nicht so. Jedes Jahr ist immer wieder was Geiles und einfach nur überragend. Ich denke schon, ja. Also die Panthers sind da viel routinierter als wir. Es war nicht deren erstes Finale. Bei uns, wie gesagt, wir hatten zu viel Respekt. Wir waren nicht bissig genug am Anfang und in der zweiten Halbzeit, da sind wir heiß reingegangen. Wir haben die Zweikämpfe diesmal richtig angenommen in der zweiten Halbzeit. Wir sind auch rangekommen auf ein Tor, glaube ich. Wir haben es 2-1 gemacht. Dann kriegen wir unglückliche Tore. Ja, sollte nicht sein heute.